Grüßt euch, willkommen zu einem kleinen Pokémon Newsflash, denn seit heute gibt es was Neues, wirklich was Neues, also jetzt nicht irgendein neues Spiel wie Pokémon Go oder etc. Nein, es handelt sich um ein neues Pokémon, was auf dem Koro Koro Magazin abgebildet ist, natürlich in farbloser Gestaltung, also dass man nicht sofort erkennen kann, was das für ein Pokémon ist. Es trägt den Namen, also es hat schon einen Namen, das ist schon mal gut, da kann man, sag ich mal, ein bisschen drum spekulieren, was das sein könnte oder es ist dann halt keine Mega-Entwicklung, wo ich halt es zuerst gesehen habe. Ich habe erst das Bild gesehen und danach den Namen, dann dachte ich sogar, wahrscheinlich eine Mega-Entwicklung, aber das trägt halt den Namen Magiana, Magiana, vielleicht ein Magier-Mädchen, ich weiß es nicht, keine Ahnung, man kann spekulieren, dafür ist das Video da, Freunde. Aber auf jeden Fall, im Koro Koro Magazin auf dem Cover ist das erste neue Pokémon, sag ich mal, jetzt abgebildet. Was innen drin ist im Magazin, das wissen wir noch nicht, denn das kommt ja offiziell erst in zwei Tagen raus. Ich glaube, die vorher, die einen Abonnentenvertrag haben, kriegen es auch morgen schon, ich weiß es gerade nicht so genau, aber Fakt ist, die nächsten Tage werden spannend sein, denn dann kommt auch das Magazin offiziell raus und dann kann es sich jeder auch anschauen, natürlich die aus Japan, wir aus Deutschland haben das Magazin nicht, man kann es bestellen, aber das ist eine andere Story. Naja, die Sache ist die, ich warte mal ab, ich bin mal gespannt, was da so uns erwartet. Es riecht nach einer neuen Gen, muss es nicht, es kann irgendein, ich weiß nicht, was die davor haben, eigentlich neues Pokémon heiße ich, eigentlich immer neues, neue Gen. Weil wenn es ein Remake ist, ja, dann ist es halt ein Remake mit den alten Pokis, es ist ein Remake. Aber, ja, es riecht nach einer neuen Gen, aber, naja, ich weiß es nicht, vielleicht eine Erweiterung, kann ja auch sein, ne, Erweiterungs-Gen XYZ, was weiß ich, die einen nennen ist Pokémon Z, die anderen nennen es XY Teil 2, kann alles sein, ich bin mal gespannt. Dafür ist das Video da, dass man einfach mal kurz Informationen teilen kann. Ich bin mal auf jeden Fall, ähm, sicher, dass die da jetzt, äh, die Tage auch da mehr Informationen rausballern werden. Das ist so typisch, Pokémon, die hauen da ja einfach jedes Mal eine Skizze raus erstmal. Und, ähm, ja, mal schauen, mal schauen. Also, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ihr könnt gerne unter dem Video rumdiskutieren. Ich werde euch auf jeden Fall auf Laufenden halten, sobald ich mehr Informationen habe. Also bis hierhin, euer Zacharias. Ciao! Ciao!